Hallo! Mein Name ist Kyoki Roboter. Und ich bin ein kleiner sozialer Roboter. Entwickelt, um Kindern mit Autismus sowie Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen zu helfen. Ich bin sehr einfach und verständlich entworfen. Ich kann Kinder engagieren und ihnen helfen, neue Fähigkeiten zu erlernen. Ich kann sie motivieren. Zum Beispiel, indem ich folgendes sage. Richtig. Super. Hurra! Ich bin darauf programmiert, viele neue Fähigkeiten zu vermitteln. Ich kann Emotionen vermitteln, indem ich Gesichtsausdrücke zeige. Wie angewidert. Oder traurig. Ich kann sogar Körpersprache. Schau. Dies ist wütend. Und dies ist schüchtern. Und dann kann ich meinen Freunden helfen, diese Emotionen zu verstehen. Ich kann ein Tablet kontrollieren. Und ich kann meinen Freunden viele Bilder und visuelle Unterstützung zeigen. Um ihnen zu helfen, besser zu lernen. Ich kann über soziale Fähigkeiten unterrichten, sowie Kommunikation. Und ich kenne viele interessante Spiele, um meinen kleinen Freunden mit ihren kognitiven Fähigkeiten zu helfen. Ich bin voll programmierbar. Therapeuten können neue Spiele für mich erstellen. Damit ich mit meinen Freunden spielen kann. Ich bin ein sehr bewusster Roboter. Und ich kann viele Stunden am Tag arbeiten, ohne müde oder frustriert zu werden. Ich bin ein sehr guter Freund für Kinder. Und ein zuverlässiger Assistant für Therapeuten. Danke, danke für meine Wu coole. Jetzt zu Stoppen. Das geht weiter. Vielen Dank.